Der Heideltraut sitzt im Bagger und muss ein bisschen rumbaggern hier. Wir sollen alle da reinkommen und in seine Fänge geraten. Weiß nicht ob das so gut ist. Ja, du bist doch total gut drin und wir wollten eigentlich mit dem Bagger die Rampe hochfahren. Ich mach gleich mit, aber die Reschi macht hier gerade so, die macht hier so ein Stunt, also quasi, die macht so ein Backflip in der Luft. Genau, der in der letzte Folge gesehen hat, der weiß, wir haben ja richtig coole Stunts gemacht. Boah, 616, knapp vorbei am Bagger. Jetzt bin ich gespannt. Schaffts es, 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 schaffts es. Oh, nein, 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 nein. Boah, leider aufs Dach gelandet. Das sah ungesund aus. So, alle in die Kiste hier, alle in die Kiste. Oh, verdammt. Ach ja, Benni. Komm hier mal, ich komm mal rüber. Ich kann die auch runter machen, die Schaufel. Mach doch mal runter, Dennis, ich möchte einsteigen. Bitte mach die Schaufel runter. Ich will, wenn der Herr noch so möchte. Ach, vielen Dank, das ist sehr lieb von dir, Dennis. Dankeschön. So. So. Alter. Der Tobis ist der einzige, der standaufgeblieben ist. Das höre ich gestanden. Der steht auch noch drauf. Ja, aber so halb fünf, ey, geh mal weiter ein bisschen näher rein in die... Soll ich mal eine Granate werfen? Nein, 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 nicht, 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 nicht. Der Bagger geht doch kaputt. Ja, werf mal bitte. Der Bagger geht doch kaputt. Nicht, nicht, nicht. Nee, aber mit Tränengas nicht, oder? Nicht, nein, nicht. Ich kann heulen aber alles. Lass uns erstmal bitte den Berg hochfahren, bitte. Okay. Wenn du Eier hast, mach Schluss. Wir haben keine Polizei, nichts. Wenn du Eier hast. Was passiert denn hier gerade? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wieso stehe ich auf den Leuten rum? Geh in die Schaufel. 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 Fahr schnell in die Schaufel hoch. Mir ist Tränengas gedroppt. Unter der Schaufel ist Tränengas. Oh nein, jetzt sterbe ich gleich, weil ich im Tränengas gelandet bin. Ach klar. Jetzt noch mal alle rein hier. Du weinst nur ein bisschen. Mir ist Tränengas gedroppt vor allen Dingen. Weißt du wie du fällst uns eigentlich? Ja, ich bin gleich gelandet. Playmaster Motorradator erledigt. Geh in die Schaufel. Geh in die Schaufel. Mit Motorrad hier in die Schaufel. Das ist Schrott. Ey, jetzt ist das Tränengas. Ah nee, das ist zwar das Motorrad drin. Der Motorrad muss hier raus. Alter. Was machst du? Ich mach das Ding jetzt hoch und alle müssen über das Dach springen. Okay, jetzt lass mal die Challenge anfangen, oder? Was? Alle mal rein und runter. Du wolltest ja über die Rampe fahren ursprünglich mal. Mach das Ding einfach hoch. Lass das mal oben einfach so lange. Und dann können wir da hinten rein. Ach genau, genau. So. Tobi hübscher, komm rein. Ich bin mich so begärt gerade hier. Der Typ der immer nur Frauen spielt. Ja, das Baggern hat sich gelohnt, alter. Der Benni. Oh Benni hängt ne Runde ab. Oh nein. Was ne? Alle überhaupt alle rein? Ja, wir haben schon viel drin. Oh sorry. Oh. Gibi Tor rein da. Warte. Hoch mit dir. Ja. Ich find der Bagger ist das beste Fahrzeug im GTA. Ohne Scheiß finde ich auch. Ihr habt das Gefühl, dass 616 uns gleich tötet. Der Bagger und auch dieses Dingens. Wie heißt denn das hier aus der Baugrube? Benni, was machst du denn? Achso. Was steht denn da? Was steht denn da? So, auf 5 sind wir jetzt drin. Stell dich mal aufs Dach einfach, Debbie. Genau, geh aufs Dach. Debbie, geh mal aufs Dach. Debbie, geh mal aufs Dach. Debbie das Dallas. Wie schwul ist gesagt? Deborah, geh aufs Dach. Sag mal, Walle, hast du gerade deinen Sack in meinem Gesicht oder wie sieht das aus? Oh mein Gott. Was? Weswegen? Was war das denn jetzt schon wieder? Ich glaube Dennis ist über ein Motorrad gefahren. Oh. Seid ihr alle tot? Ja klar. Ich nicht. Es ist wichtig für mich nicht. Der Benni ist da. Der Benni, wir fahren schon mal da runter. Nein, warte doch. Jetzt wartet doch auch verdammt. Achso. Ey. Ach, warte. Ey, der Heidi wieder, ey. Der regt mich auf, dann krieg ich so einen Hals. Komm hier nicht hoch auf den Hügel. Wie blöd ist das denn? Guck mal, wie er da nicht hochkommt. Guck mal. Echt blöde. Guck mal, wie er nicht da hochkommt. Tobi, was machst du denn da? Ich komm nicht hoch. Tanzen? Achso. Ey, das könnte, bitte jemand eine 10-Stunden-Version davon machen. Ah, geil. Ja, 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 nein. Mann. Yeah. Voll abgehoben. Ey. 616. Ey, hier ist irgendwie eine unsichtbare Wand. Nicht mal seitwärts kann man hier hochrennen. Das Gefühl hab ich immer verfraut, immer. Tobi, ich mach Platz, Erik. Was? Ah, danke dir. Komm zwischen uns. Ja. Ich hab mein Hemd noch ausgezogen. Oh. Und die Hose auch. Gibt's heute leckeres Gurken-Sandwich? Boah. Boah. Mäh, man geht. Ist immer geil, wie die... Boah. Wo war das denn? Currywurst, wie geil. Guck jetzt immer noch. Fand das super gerade. Aussteigen, glaub ich. Ich glaub manchmal der Currywurst, der ist irgendwie bei der Stasi oder sowas. Der kommt dann echt nicht hoch an der Stelle, ne? Ja, der beobachtet euch. Ja, Benni, wenn der da oben ist 2035, sagt's Bescheid, ne? So, der Walle ist drin. Jetzt musst du noch der Benni rein. Geht das so? Jawoll. Ja. Ich hab ein bisschen nach... Oh, oh, oh. Alter, was macht der denn? Nein! 16, warum? Nein. Ach so, der wollte Pandoria helfen. Das ist... Ah, das ist Sally. Können wir ein bisschen ihre lange Wurst von Flieger weg tun. Okay, es geht los. Oh, 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 oh. Ja, seid zärtlich. Wie beim ersten Mal, weißt du ja noch. Wo wärst du denn lang, Alter? Darunter? Dennis? Ja? Wann war eigentlich dein erstes Mal? Äh, mit 12. Ah, okay. Mit der Hand, oder? Von dem Hund. Von dem Hund. Zulöffel, kranke Vorstellungen, bitte. Zulöffel, kranke Vorstellungen, bitte. Zulöffel, kranke Vorstellungen, bitte. Was hast du denn... Der Sarazahn, ne? Sorry, Dennis. Sorry. Das ist mir so rausgekommen. Ich renne hier raus, Hilfe. Meinst du seid nicht? Immer ist ein bisschen witziger zurück. Er lacht, weil er weiß, dass es wahr ist. Boah, den hast du gebracht. Ich dachte dazu nichts. Dennis, hast du einen Hund? Nein. Ach so. Nicht mehr, seitdem jetzt er stinkt. Nicht mehr, seitdem jetzt er stinkt. Alter, ihr seid krank. Ihr seid krank, seitdem ihr. Ihr seid so krank, Alter. Und dann freut er sich nur über seinen eigenen Witz die ganze Zeit. So, ich sag dazu nichts mehr, zu den Psycho-Heilies hier. Mein Name ist... Mein Name ist härter Hund. Ich bin 88 Jahre. Wir fahren alle runter. Seht dann aus. Huch. Dennis, bist du jetzt sauer? Dennis, bist du gekränkt? Ich liege. Bist du auf den Hund gekommen? Nein. Hör auf damit, Beethoven. Weißt du, Tobi, wie du immer mitmachst, du Arschloch. Ja, weil du auch immer mitmachst, natürlich. Nee. Ich mach nie mit so bei dich. Weil du ein einziger... Nein, Dennis nicht. Nein. Okay, alle in die Schaufel wieder jetzt. Komm. Gut. Haben wir uns wieder lieb? Nein, ich rede nicht mehr. Hallo, willkommen bei meinem Gigi Online Singleplayer-Let's Play. Hier heute mit dem Bagger und ein paar Verrücken. Dennis? Stimmt es, dass du dich damals in der Tierhandlung beworben hast? Ich kann auch nicht dafür, dass ich mal bei Pressen abgearbeitet hab. Ja und? Dein Lieblingsporno ist ein Hund namens Beethoven. Mein Partner mit der kalten Schnauze. Das war mehr so ein Blaujo-Film, oder? Wenn die Mutti abends schläft, dann mal schnell nen Flipper reinschmerzt. Oh nein! Oh nein! Ach, die Wiener hängt quasi. So, dann macht Pferde die Leute so. Huch. Yeah, Rampu! Boah, die Schaufel ist jetzt. Okay. Das hat fast geklappt. Ey, das war der Mega-Hammer. Hat fast geklappt. Ey, ich kann hier rüber gehen, danke. Ja, das war's hammer. Und jetzt fahren wir da mit den Motorrädern rein. Komm, alle mit den Motorrädern. Bleib mal so stehen. Ich weiß gar nicht. Hey. Sag mal. Dennis. Hey. Dennis, warum? Oh, Dennis. Dennis, wuff, wuff. Wuff, lass uns Freunde sein. Komm, ich nehm dich auch an die Leine. Ja, darauf stehst du, ne? Darauf steht der. Wo ist das Stückchen? Wo ist das Stückchen? Ah, Benni, du bist auch noch dabei, Benni. Benni, du bist auch noch dabei. Benni, du bist auch noch dabei. Wo ist das Stückchen? Ey, sorry Heidi, aber die Witze sind zu geil. Hurra. Vielleicht zur Erklärung. Nein, der Heideltraut steht natürlich nicht auf Hunde. Cocker Spanier. Er steht auf Katzen, ja. Obwohl... Obwohl der... Den Dackelblick von seiner Ex-Freundin, ne? Da ist doch noch reingefallen. Beppo. Der war nicht gut. Hast du gemerkt? Wohl dich zumute. Oh, ich war wunder, man. Seid solche Spassen. Was ist denn los? Voll die Spacken, Alter. Du musst das doch nicht ernst. Ich hab euch gesagt... Ach, wir haben dich doch lieb. Es ist gleich ein Geheimnis. Wir lieben dich doch. Ihr lebt einfach in der Öffentlichkeit darüber. Ich hab doch... Ich hab doch... Pandoria, Alter? In-Touch. Oder im Fressnapf-Jornal. Fressnapf-Jornal. Apotheken-Rundum-Show. Pedigree-Verlust eine Nacht mit Dennis. Unfrohlich. Yeah! Huch. Oh, fast geschafft. Der Seizo. Entschuldigung. Entschuldigung. Meine Hand ist mir ausgerutscht. Aua! Pandoria, nein! Ah, mein Motorrad. Oh nein, mein Motorrad. Uh! Geil Curry, Alter. Super geiler Move. Yeah! Ich liebe Mopet-Fahren. Ich liebe es! Komm. Was war das denn? Ja, das sieht man. Oh nein! Sag mal! Dennis! Was, warum? So. Ich hab dich grad nicht aus dem Bagger geschossen. Ich hab dich grad extra nicht aus dem Bagger geschossen. Weil ich dachte, der Kill war gerechtfertig. Ich hab dich grad extra nicht aus dem Bagger geschossen. Ja. Okay, was immer so? Oh, geil! Ich hab mein Motorrad losgelassen während dem Sprung. Alter, Curry, was hat mich... Lack! So, wer hat jetzt den Bagger an? Wer hat jetzt den Bagger an? Wer hat jetzt den Bagger an? Hm. Oh nein, Tobi! Tu das weg nicht! Hm. Oh nein, Tobi! Hä? Wer tötet eigentlich die ganze Zeit alle? Ja, der Tobi hier. Ja, wer... Ne, 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 ne. Wer tötet wohl die ganze Zeit? Stimmt. Ne, 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 ne. Also, ich flüchte. So. Oh. Wollte ich gar nicht. Ich will doch hier! Oh, fuck. Für vorhin! So. So, was machen wir denn jetzt? Die perversen Schweine. Ja, ich würd' sagen... Es läuft das Übliche hinaus, wie es aussieht. Ja, genau. Ha! Wir machen Krieg. Wir haben immer einen Krieg. Der ganz normale Krieg. Wir können nicht viel, aber wenn wir was können, das ist scheiße Spielen. Warte mal, warte mal, Jungs. Hier gibt's noch eine weitere Rampe. Ja, klar. Hinten ist ja richtig nice auch. Wenn ich wüsste... Oh nein! Ja. Wenn ich jetzt wüsste, wo mein Motorrad noch ist, aber das finde ich eben ja wieder. Ah, das ist ja richtig geil. Und Action! Boah, das ist ja die übelste... So. Bringen wir da mit dem Bagger. Ups, sorry. 616. Es tut mir leid. Ey, lass mal die Strecke hier abfahren. Einmal die Strecke abfahren, die ist richtig geil. Guck mal, der Tobi, der Sniper da wieder rum. Hä? Ja, aber das war gerechtfertigt. Wie hast du das denn immer? Ach, da oben! Ich hab noch keinen Sniper, Mann. Dennis. Hi. Boah, hier gibt's ja übelst viele Rampen. Das ist ja richtig nice. Ich bin grad nur an dir vorbeigelaufen. Ich hab nix getan. Okay. Falls ihr auch mal so rumspringen wollt. Wollte grad mal gucken. Einmal hier. Guck mal, da sind wir. Da sind wir hier gerade. Ja, da sind wir. Genau so. Hier? Nein. Nice. Ja, vielleicht. Guck mal, da hinten ist einer mit nem Kleid. Ach, Sniper. Das ist Tobi. Den kann man nicht umbringen. Komm, ich gönn mir auch noch nen Spest hier. Oh, fack. Versteck mich hinter dran. Boah. Alter. Alter. Ich wollte dir sagen, die Mauer ist nicht ganz dicht. Ja, das war der Tobi. Den hält auch keine Mauer auf. Seit der Wiedervereinigung. Der hat hier dick essen können. Tobi, nimmst du mal deinen Fischladen auf deinem Gesicht? Das wär's ja lieb. Warte, warte. Oh, na. Oh, ja. Oh, Makrelen. Sehr nice. Was ist denn der Dennis? Moment, spontan von hinten. Achtung. Wo ist denn der? Ach, du bist das. Okay. Ja, dann ist okay. Dann machen wir keine Sorgen. Was ist denn der Dennis eigentlich? Abgerollt. Der versteckt sich die ganze Zeit, weil der ist die ganze Zeit zu still. Oh. Merkst du das? Boah, der 6-1-6-Player ist so ein Arsch. Oh. Du hast dich versteckt irgendwo, Dennis, ne? Die ganze Zeit. Nee, ich, nein. Ich will deine Waffe. Na klar. Oh. Ich glaube, ich fress noch schnell. Jetzt können aber... Jetzt können aber... Ja. Du wolltest wieder kleine Hunde von der Straße locken. Ja. Was war das denn? Ja. Michael, du weiterrollst bei mir. Du rollst einfach tot die ganze Zeit weiter. Ja. Auf dem Fahrrad, oder was? Ey, die Arche müssen ja mein Fahrzeug zerstört. Was soll das denn, bitte? Oh, ja. So was hab ich ja noch. So was hab ich ja noch. So was hab ich ja noch. Ne, weil das mein Motorrad zerstört. Ey, ist ja voll aggro. Tobi wird ne Überraschung erleben. Alter. Wir müssen hier nach unserer drei schon unsere Autos wieder herstellen. Hi. Hi. Nein. Ja, du aber auch. Scheiße. Ich liebe die Granaten. Ich liebe sie. War das ne normale Granaten? Ne, verrate ich nicht. Das ist die geheime Sachertzer-Ganate, weißt du? Ach so. Das ist der Renner im Waffenladen. Das ist die mit Zielhilfe. Aim. Aim-Bot. Boah, der Curry schafft das tatsächlich. Geil. Fast hat er den... Was denn? Oh nein. Hab nix gemacht. Tschüss. Ach, Devitor, du Arsch. Oh, du hast Currywurst getötet. Viel Spaß. Ach, cool. Und du hast mein Motorrad kaputt gemacht. Boah, drecklich. Alter. Huch. Huch. Entschuldigung, es war zu verlocken. Ich wollte das nicht. Das war meine Cola. Tobi, es tut mir leid. Ciao. Mach's gut. Huch. Tobi, du bist für dich böse, ne? Tobi? 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 Oh, ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich weiß es jetzt schon. Ich glaube, ich fahre am besten jetzt in mein Apartment. Ist das dein Lieblingscharakter bei Mario Kart? Ha, 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 ha. Blah! Ah! Tot? Ist das dein Ernst? Alter. Gott. Der Witz, der Witz hat gedauert, ne? Ja, ganz schön. Ach ja, eine sehr, sehr tolle Folkwiesen, ne? Ja, find ich geil. Find ich auch. Boah, das ist eigentlich ne geile Location hier übrigens. Ja, geile Deathmatch-Location. Deathmatch. Deathmatch. Ne geile Hackmatch-Location. Oh, mit mir. Ich nähe dir jetzt auch wohl drauf. Mega-Match. Ne, ist doch nicht. Uh! Ernsthaft? Ernsthaft? Sorry. Sagt Pandora, wann die sind ab. Tobi, warum? Ey, du killst die da, Tobi. Du killst die da. Ich hab meine Granate schön vor seine Füße verliebt. Füße, Füße, Füße. Von die Füße. Füße, Füße. Füße, Papier. Ich will das. Wie lang die Zufahrt da. Mercurio was lasse ich, ne? Ja, okay, soll ich auch herlassen. Wie Angst vor Currywurst hat. Wie Angst vor Currywurst hat. Ja, der hat bestimmt alle Waffen. Sag mal, wer ist denn da oben eigentlich die ganze Zeit zum Campen? Das kann doch nur der Grong sein eigentlich. An die Pandoria. Oh nein, das Battle ist wieder offen. Aua. Alter, schieß der einfach auf mich. Schieß der einfach auf mich. Ich hab nur die Luft geschlagen. Freude. Du Hintarier. Na, hat mir nicht mal die Granate was gebracht. Ach schön. Letzter Versuch, Benni. Benjamin. Oh, Alter. Benjamin G-Punkt. Ne. Tobi, hör doch mal auf. Der hat gerade Dennis im Visier. Der hat gerade Dennis im Visier. Der hat gerade Dennis im Visier. Mann, ja. Der stand hinten bei den Containern. Ja. 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 Wo stand er? Bei den Containern hinten. Au. Oh, Playmessl. Was denn? Hm, hm. Ich dachte, wir werden. Ich dachte, du mag es nicht mehr. Ich hab sofort. Ich dachte, du... Achso. Seid ihr da hinten an? Du hast mich so. Deswegen hab ich gedacht, das kann ich ruhig mal töten. Wenn ich nur mal Kohle rum. Wie geil das. Hier ist so ein Punkt, ne? Der ist ganz, ganz weit weg von den anderen Punkten. Und ich glaube schon zu bisschen... Au, aber wir schießen alles auf mich. Ach, fuck. Oh, wie in Frieden? Ist da einer auf den Kran oder was? Ja, ja. Okay. Hier ist ein Twit. Wui, wui. Wui, wui. Wui, wui. Oh, wui. Der Bulle hat sich festgefahren, der Idiot. Er läuft nicht gegen den Wagen, sonst hast du drei Sterne. Achso, ja. Das mögen die gar nicht. Beschießt ihr mich gerade etwa? Ausnahmsweise weiß man nicht. Biegen ja die ganze Zeit die Kugeln um die Uhr. Fragt doch einfach nochmal. Uff. Aua. Der ist halt auf dem Kran, ne? Ja, der 616 ist oben auf dem Kran im Berger. Echt? Wie kann man nur? Das finde ich voll ekelhaft. Das finde ich ungezogen. Baby-Tor, voll nicht. Kann ich mir vorstellen, dass du das ungezogen bist. Tanz, komm, tanz. Ich renne doch schon, ich renne. Alter, ich schieße da. Booten ganz in so einem Kreis. Haha, einer weg. So. Das ist der Helikopter, denke ich mal. Oder? Ja, muss. Boah, diese Polizisten. Achso. Hä? 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 Wollte ich gerade erschießen. Alter. Wieso geht das? Der Eidl traut mich hier an die Wand, ey. Was soll das, Heidi? Kann ich anders verdienen. Ich hörte, Heidi traut sich nicht sehr sexy aus in seinem Kostüm. Sag ich deinem Mund. Ach, das ist ein Kostüm. Oh Gott. Hä? Was wollen die Polizisten denn schon wieder... Ich hab grad nichts gemacht. Was sagen sie alle? Na, so langsam reicht's mir aber auch mit euch hier. Das ist eigentlich nicht so cool. Wer hat mich denn da schon wieder gestoßen? Etwa der Tobi? Ja. Nein. Ich dachte, wir wären Kumpels, Tobi. Ich dachte, wir wären Kumpels. Achso, als ich mir vorhin die Granate ins Gesicht geschmissen habe. Voll Kumpel, ne? Ja, natürlich. Granatapfel. Der soll sehr viele Vitamine enthalten. Sehr gesund, sehr gesund. Mensch, kann doch nicht sein hier. Wow, Prostkiller. Sag mal, hängst du eigentlich immer noch in dem Dings da drin? Hä? Was denn? Ich bin im Kranberger. Ich bin im Kran gerade. Das macht mir sehr viel Spaß. Boah, was geht denn jetzt hier ab gerade? Alter! Was? Was? Was denn? Was denn jetzt los? Was? Ich bin überall. Guck mal, Benni. Jetzt bin ich hier. Ja. Dennis, jetzt bin ich hier. Ja. Ach, da warst du. Ja. Wer schießt auf mich? Ach, das sind die Bullen. Oh! Wir machen immer diese Kühlfolgen. Ja. Dass wir richtig als Mission machen würden, würden wir da Geld für kriegen eigentlich. Ja, stimmt. Aber ist doch egal. Macht doch Spaß einfach zwischendurch machen, oder? Boah! 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 Alter! Das war die heftigste Explosion, die man jemals auf meinem Channel nicht gesehen hat. Ich wusste es. Na ja. Aber ich hab immer so Déjà-vu. Was denn? Ich bin tot. So, ich dachte diese Folgen hättest du schon mal gesehen irgendwo. Meinst du im Ablauf so ähnlich? Ja. Hat man noch nie. Noch nie, oder? Das ist das erste Mal, dass wir uns ein bisschen beefen hier. Ich hab auch gleich keine Munition mehr. Was war ich denn da? Zum Laden fahren, oder? Das ist immer ganz geil. Am Anfang der Aufnahmen kauft man sich Munition frisch, weißt du? Und am Ende der Aufnahmen hast du gar keine mehr. Wieso hab ich jetzt einen Stern? Ich hab auch mal gegen die Wand geschossen und hab sofort einen Stern. Benni, 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 warte auf mich. Fuck. Du weißt, was wir machen, oder? Ja. Okay. Ich glaub schon. Was? Was macht ihr denn? Na? Ich bin umsass hier. Ich weiß nur noch nicht genau, wo. Hallo, hier ist eine unsichtbare Wand. Da, oder? Was haben wir denn da? Ey, geh mal auf den Fuß. Ach nee, die haben wir da. Auf dem Hügel ist ne super Position. Warte mal. Ach, endlich haben wir wieder einen von euch gefunden. Ach, Debitor, du fickt Arsch. Da fahr ich mal ein Regime mit. Bitte was? Du reduzierst dich auf einen meiner Körperzeit. Oh. Du musst den Helikopter schnappen. Oh. Na kommt her, Mädels. So, wo sind die denn alle? Du musst den Helikopter holen. Dennis, wo versteckst du nicht wieder? Du musst den Helikopter holen. Boah, geil. Yeah. Super nice. Du holst den Helikopter? Da ist der Tobi drin. Kriegste nie. Was? Was? Oh, hab ich gepetzt? Oh, nein. Da ist Moby drin. Das ist doch ein Künstler. Hey Benni, komm. Ach, Currywurst, ey. Oh. Mega. Super Regime. Das darf man nicht mal sagen, das Wort. Das ist rassistisch. Was? Ach, nee. Alter. Benni, das war gut. Da ist der Neger. Ach, toll. Wer ist denn da jetzt abgestürzt? Du warst nicht der Einzige, der auf uns geschossen hat. Oh, ich hab Motorrad. What? Irgendwie hast du das Battle jetzt irgendwie nach da hinten verlagert. Ich verstehe es auch nicht. Warum? Kevin! Ach. Oh. Nein, geh weg. Jetzt hab ich den Currywurst gehauen. Geh weg. Na ja. Ist das dein Ernst, Benni? Nein! WTF? Ich bin in der Luft weitergeklettert, WTF. What the fick? What the fick? Crucifix! Was? Was ist das denn da hinten? Niemals! Boah, sorry 16 ey. Du siehst, da hat sie immerhin die selben Klamotten wieder krunk. Wolltest du mich umlatzen gerade, ne? Ich weiß es genau. Ich kenn dich doch. Du nicht. Du nicht gut. Boah, und die Pandoria. Zweimal hinterhält dich um. Oh, ich hab den roten Anzug noch gesehen. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Der Demeter ist so unauffällig, ne? Sehr unauffälliger Charakter. Huch, alter! Huch! Tobi, Frieden! Entschuldigung! Entschuldigung! Ich hab dich gerade nur aus dem Gebüschschlug gesehen und musste so schmunzeln. Da hab ich beim Schmunzeln außerdem auf den Knopf gedrückt. Was ist denn da? Was ist der 616, der Curry? Tobi? Frieden? Mhm. Klar. Der dreckige Löffel dazu noch so weißt du? Oh, er sagt klar, das heißt ich bin tot. Du musst ja irgendwo sein. So, Rache ist süß. Ach, da ist ja auch ne Heidi. Den hab ich ja völlig vergessen, den kleinen Klinskop. Buff, Buff, BUFF! Der ist immer noch bei seinem Hundewitz. Nein! Jawoll! Ach, krass. Ja, aber nein. Hallo, Segi Tor, ey. Mach's der nächste. Ah, mir ist der weicht aus. Hä? Häh? 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 Was ist das denn? Märst du nicht drauf, du eckliger Sniper? Ach, Currywurst. Der Curry bei solchen Sachen ist total unfair. Warte, man muss sterben, Benni. Häh? Für die Zuschauer, weißt du? Ja, genau. Das war das wirklich so. Für die Zuschauer. Ach so. Ich hab gar nicht gekämpft, ich bin da gerade angekommen, seh ich ums Eck laufen. Kannst du auch mal im Channel sehen. Würde ich nie tun. Nicht mal den View gönnt er mir. Alter, wo bin ich dennis geworden? Langsam geht echt die Muni aus, oder? Hier sind Fliegen, hier muss Dennis in der Nähe sein. Wir sind Fliegen, da muss der Dennis in der Nähe sein. Ja, wegen den Leichenbergen natürlich. Cool, geil. Warum, ey, warum? Siehste? Ich glaub der Kevin sitzt da, mit seiner kleinen Wurst und freut sich die ganze Zeit. Oh, ich hab die Heilige Traut getötet. Magst du den nicht? Doch, eigentlich schon, aber grad nicht. Warum? Solltest du dieses Video hier sehen, du bist ein Arsch. Ein richtiges Arschloch, ein richtiger Typ. Boah, so krass. Curry, Kevin! Danke Tobi, du hast mich gerecht. Ich weiß, das war deine Absicht. Also nichts gegen Kevins, aber... Ne? Oh, oh! 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 Ich dachte, das wäre Walle. Entschuldigung, Benni. Ja, ja, ja. Ja, weil du meinst das Oberteil anhattest, dachte ich, du warst Walle. Na gut. Klar, jetzt glaub ihm das auch noch. Natürlich! Alter, natürlich, natürlich Curry! Boah! Warum rastest du da wieder so aus? Hä? Warum rastest du so aus? Ja, den kannst... Das ist so krass. Du schießt ihn an, aber du schläfst einfach. Aber du schläfst einfach. Boah! Tobi! Hitshot! Sag mal, Kinder. Sollen wir für die nächste Folge mal wieder was vernünftiges ausnahmsweise ausdenken? Wer sich diese Folge ausgedacht hat, ist ein Hund. So. Hast du also kräftig genommen, ja? Ja, im Bloggy-Style, du Arsch. Oh, Mann, Mann. Oh, Mann, Mann. Oh, Mann, Mann. Wuff, wuff! Bis zur nächste Folge und hört nicht auf diese Witze. Die sind schikanierend, äh, treffend. Und geil. Treffend sind sie alles. Ja? Ja? Geil, treffend. Das ist echt schön. Hörst du, was du sagst? Traumentipp gerade. Mein Herz liegt gerade auf dem Tisch. Es blutet geradeaus vor lauter Beleidigungen gegenüber meiner Person. Ich hatte ihn von einem Gronkh oder Sarazar, die mir... Wieso eine Beleidigung? Ich hab doch nur gefragt. Gefragt. Das hab ich doch gekriegt. Ist mein Trick, Tobi. Ist mein Trick. Ja, ich weiß. Der Mann im roten Anzug stellt sich da einfach oben auf den Berg. Sniper da rum. Weißt du? So voll unauffällig. Ja, das ist der Debitor, wie man ihn auch eigentlich kennt hier. Oh, Mann. Oh, Karibu. Da kommt die nächste Rolle angelaufen. Da brauchst du gar nicht suchen. Ey, das Jemand wird's erzählen. Ey. Huch. Wo kommst du denn her? Hör mal. Ja, hau raus. Kommt der Frau beim Arzt. Geil, Alter, geil. Ey, ich war mal Arzt. Ich bin weg. Nein. Ich bin so weit gelaufen dafür, Tobi. Ja, ich weiß. Wollte der mich grad killen? Weiß ich nicht. Da hab ich Geld dabei. So, bis zur nächsten Folge von GTA Online und äh, hab nen schönen Tag. Okay, tschüss. 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 Wo ist denn den Paul Ballas Bellis? Der kann nicht mal richtig reden. Huuuach, waaaach, waaaaach, waaach, waaaach, waaach, w communicate. Huuuuch, waaach, waaau, waaay, wau, waaay, wau, waaay, waa. Mach nicht das Geile, denn es course. têm güuuuuch. Huuuuh, u�uuuuh, uuuh. So machst du doch auch immer, wenn du mich besuchst. Das war dein Begrüßensspruch. Ja, weil du mal sagst, ich soll mit dem Schwanz wedeln, aber ich lass das dann immer und gehe schnell. Dann will er mir das Fell kraten. Ey, zeig dem bloß keinen Song von Snoop Dogg, ey. Oh Gott, Alter. Da holt er gleich die Handcreme raus. Alter. Tschüss Dennis. Tschüss. Tschüss. Tschüss.